Moin, hier ein neues Video zu Season 15 zu dem Herausforderungsportal Nummer 68 in Europa, Mönch diese Woche. Und das ist ein, ja, sieht aus wie ein Glockenmönch, aber ohne das Set. Ähm, ja, mehr weiß ich auch nicht dazu zu sagen. Äh, der hat nirgendwo wirklich Abklingzeiten, doch da Abklingzeiten drauf, aber alter, gelbe Handschuhe, boah, meine Fresse. Ich weiß nicht, das, ähm, ja, schauen wir mal, ob das funktioniert in der Gruppe. Ähm, super, 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 super. Hm. Spielt sich komisch, weil man trotzdem... Ja gut, für den 45er ist der Schaden doch recht dürftig. Oh, wieso bin ich denn da voreingelaufen? Das ist nicht möglich. Hier verlangt das unmöglich. Spürt den Zorn des Ita. Spürt den Zorn des Ita. Also das ist... Hm. Ich bin noch nicht wieder da. Ich bin noch nicht wieder da. Das ist nicht möglich. Ich bin noch nicht gefühlt. Oh, ich bin noch nicht. Hose Warte Aieieie 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 Das Problem ist, dass man einfach zu wenig Abhängzeiten hat. um ja, die Luftverbünde nicht schnell genug zu machen, um wieder Geisteskraft zu kriegen und Macht schreien ja, wann soll man den sonst nehmen wenn nicht jetzt ja, gut, jetzt zum Schluss geht sich das auf aber, um ehrlich zu sein ich hatte schon einen Versuch und da ging es nicht auf und da haben zwei Leute auch die Gruppe verlassen deswegen haben wir es nicht hingekriegt 5,20 ist jetzt nicht wirklich toll und stolz bin ich auch nicht drauf aber man hat echte Geisteskraftprobleme dadurch und ja, also es ist ein bisschen komisch, weil man halt echt Geisteskraftprobleme hat die Lehmende Woge okay, ja, aber zum Erzeugen, aber trotzdem ist das eigentlich zu wenig, weil die Lehmende Woge auch nirgendwie unterstützt wird durch Eingriffsgeschwindigkeit oder irgendwie solche Geschichten man hat zwar hier den Obsidian Ring drauf, um dann zu hoffen, dass der mystische Verbündete häufiger kommt aber das reicht halt irgendwie nicht na gut, das war's erstmal und ja, Fragen, Sorgen, Nötter, Anträge also in die Comments rein ansonsten bis zum nächsten Mal tschüss tschüss